Willkommen zurück mit Kane und mit Cinemalix im Nether und wir suchen uns die Füße bunt und froh, dass wir noch leben. Angst ohne Ende, Angst ohne Ende. Was ich immer damals gemerkt habe, ist, wenn man hier hingeht, kommt mal kurz mit, wenn man an den Plätzen hier ist, gibt es meistens auch noch einen Raum darüber oder darunter. Wo ist er denn? Ah, hier. Hier in den Räumen gibt es meistens noch einen drüber und einen drunter. Oh, guck mal hier. Einfaches Skelett zum holen. Oh Gott, ich brenne. Was ist denn hier passiert? Oh nein. Und du bist raus. Oh fuck. Brenn immer noch. Scheiße. Fucking fuck ey. Nehmt euch alles, was ich habe. Ich komme dir ein Stück zurück. Im Weg findet er doch eigentlich von selbst. Ja, aber er hat ich stehe am anderen Ende der Brücke und warte hier auf dich, wenn du wieder von der Treppe oben reinkommst. Eieiei. Eieiei. Freunde, das ist nicht lustig. Mein Gott ey. Wow. Hätte ich mich bewegen müssen, damit ich ausgehe oder? Ne, ich glaube bei Lava kannst du nicht mehr ausgehen. Kann es sein? Doch, du gehst aus, aber du brauchst viel, viel länger. Und du willst das glaube ich nur, wenn du voller Energie bist. Wow, wow, wow. Scheiße. Ich habe wieder gemacht. Ist alles voller Lohnruten da hinten. Ich habe keine Pfeilen leider. Ich habe auch nicht mal einen Bogen. Scheiße. Scheiße ey. Das fühle ich auch nachher. Gar nichts. Okay, ich lege mal kurz deine Rüstung an, weil sonst habe ich überhaupt keinen Schutz. Am Eingang von unserem Nether-Ding ist ja links noch eine kleine Schmiede da. Ist glaube ich auch noch Metall drin. Dann könntest du noch mal was machen. Was brauchst. Du könntest auch noch mal eine Hacke bauen oder so? Ähm, in meiner Kiste. In meiner Kiste ist ebenfalls noch Eisen drin. So spät, ich bin schon ein Nether. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Sie ist gut geworden. Wir sind ja auch noch Hacken. Nehm ich mal eine, ja. Die Truhe, ja. Verdien dich. Was ist das denn? Der Skelettschädel. Achso. Ich bin jetzt am zweiten Tor. Ohohoho. Ohoho. Ohoho. Puh. Ich warte noch hier fleißig auf dich. Ich kämpfe noch gegen Skelette. Ach du Muschite. Und alt brennt. Und gucke. Pfeile. 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 Yes. Wo bist du nur, mein Gutschda? Wo bist du nur? Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Okay. Ich gucke mal. Ich halte meinen Kopf raus. Scheiße. Hier knüpfe ich mir. Hetzend. Hä? Okay. What? Jetzt schießen die ja Dauerfeuer auf mich. Das ist doch nicht wahr. Wacken Leute. Jetzt komm ich, jetzt komm ich. Jetzt mag ich euch halt. Oh. Oh fuck. Nein. Aha. Ich hab von dir leider gar nichts mit. Oh kacke. Oh kacke. Aber du kannst hier noch ein Schwert rausholen. Hier ist ja noch ein Schwertchen drin. Ich hab den Spawner gefunden. In den Lohnrouten-Spawner hier hinten. Soll ich den kaputt machen oder soll ich ihn stehen lassen, damit wir mehr Lohnrouten kriegen? Nee, mach kaputt. Auf jeden Fall kaputt machen. Womit? Mit der Spitzhack, oder? Äh. Pfeile. Ja, geschafft. Schafft. Schafft. Jetzt gehen wir erstmal hier auf die Scheißerchen. Nein, nein. Oh, pass auf. Der Schrei ist weg. Ich kann jetzt ins Visier. Ich renne weiter. Die Bahn ist erstmal frei. Okay. Oh, pass auf. Ja. Hier drüben ist Cinema Next. Rechts. Geh rein. Och. Der Schrei von so'n Gast, wenn der sich plötzlich ins Visier nimmt dabei. Ist echt krank. Okay, ich geb dir die Hälfte von der Rüstung ab. Die nämlich deine ist. Ich hatte eine komplette Rüstung. Ja, aber ich hab nicht alles gefunden. Den Rest hat glaub ich Fox, oder? Nee, ich hab gar nichts aufgesammelt von ihm. Ich stand weit weg und bin extra nicht hingegangen. Dann ist ein Teil drüber an den Schrott gegangen. Nee, ist eine Hose mit bei? Ja, ja. Eine Hose hatte ich auch. Das war's, aber mehr gibt's nicht. Ich hatte mal eine Hose. Also keine Spitzhacke kannst du noch haben. Essen bräuchte ich. Ein paar Fackeln. Da brauchst du? Essen. Irgendwas zu essen. Ja, kriegst du. Ich hatte Brote bald und Fleisch. Hier ist schon mal nichts. Ich kletter mal nach oben. Klar. Hier hinter ist laut noch ein Gast. Ja, guck mich jetzt schon wieder direkt an. Leck dich. So, dann gehen wir hier weiter. Ich will nur mal gucken, was hier oben noch ist. Ja. Hier hinten, wenn man jetzt hier raus geht, ist dahinter eine Brücke, die aber vom Gast bewacht wird. Ich geh trotzdem mal raus, um mal nachzuschauen, was ich machen kann. Dann gehen wir nicht hier lang. Wo lang willst du denn? Renn! Ja, da. Ah, nee, zurück rennen. Zurück rennen. Ach du Scheiße, ich muss kacken. Hilfe, Hilfe, nein. Oh, Kacke. Lass mich in Ruhe. Kommt da. Okay, also wenn man hier hoch geht, da wo ich grad war, dann kommt man auf den Turm oben rauf. Wollen wir nicht einfach hier lang laufen? Ja, ich komme. Ich will gucken, wo du meinst. Da wo Seniore schon schon sehr oft begeistert ist. Wir müssen halt nur gucken, dass in den Dingsen hier in den Bogen auch immer irgendwelche geheimen Gänge noch sind, die nicht von Anfang an gleich zu sehen sind. Oh, fuck, fuck, fuck. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich brenne. Mal wieder. Von der Loa, wa? Ja, ja. Guck mal, was hier unten noch ist. Ja, da ist ja, da ist ja ein Gang, der nach unten führt. Ho, 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 ho. Sehr schön. Fucking fuck, ey. Hier auch bei den Räumen ist meistens immer noch einer hinter. Guck mal hier. Da ist noch einer hinter. Und da ist noch einer hinter. Fuck! Und hier ist eine Kiste. Oh, da ist eine Truhe. Mach mal auf. Ich geh schon mal ein Stück weiter. Hey, Kumpel. Ein Feuerzeug. Eine Goldbrustplatte. Nicht so selten. Gideon. Ein Sattel. Wenn du den Gang weiterläufst, da bin ich dann. Ich weiß. Hier ist bis jetzt noch nichts, auch kein Gegner. Ja, ich komme, wenn du hier vorbeiläufst. Aber hier, hier spawnen immer mehr Skelette. An unserem Ursprungspunkt, ey. Ist ja Wahnsinn. Naja, umso eher haben wir die Dinger zusammen. Oh, das ist ein Sattel hier draußen. Oh, da ist ein Sattel hier draußen. Warum so eher gehen wir auch drauf? Äh, das ist, ähm. Nein. Dieses Licht-Ding. Und hier geht's wieder nach draußen. Komm schon, Lohr. Schieß. Bissar, ey. Bissar, ey. Aber. Jetzt kommt das große Aber. Unter uns ist immer noch ganz viel Burg. Das bedeutet, dass hier auch irgendwo noch versteckte Räume sind. Eventuell unter uns. Puh. Sag mal, seid ihr erst an der Treppe runter und dann wieder eine hochgegangen, oder? Nö. Wir sind immer hinter der Treppe langgelaufen. Vielleicht ist hier an einer anderen Ecke anscheinend noch eine Lohnroute. Und ich werde wieder beschossen. Wie irre. Eieieiei. Wow. Ich komme. Ich höre. Ist hier eine Bombardierung. Du bist zurückgelaufen, wa? Ja, ich bin nur zurückgelaufen. Bin wieder an den Doppeltreppen. Ich gucke gerade, wo es hier in der Mellex ist, aber der ist schon irgendwie spurlos schon. Hier. Das ist doch Doppeltreppen. Neee. Igitt. Doppeltreppen. Also ich bin jetzt wieder. Oh, ich taucht Lava von oben durch. Ach. Ich bin hier wieder am Start. Hier, warte mal. Ne, das ist, äh, das bist du. Cain. Wo ist jetzt hier in der Mellex? Na am Start bist. Sekunde. Da bist du. Ich seh dich. Und hinter den Treppen sind wir gerade langgelaufen. Da geht es auch noch weiter. Da war noch eine Truhe, aber... Da war ich auch eben kurz, ja. Wie gesagt, wir könnten jetzt noch... Es muss von außen auf jeden Fall noch tiefer gehen. Dementsprechend könnten wir gucken, ob wir runter können. Okay. Guck mal hier nach. Wow! Okay, also das ist von wegen, dass der ganz seltener schießt. Nehmen wir zurück. Der schießt ja nur noch. Hier oben könnten wir da. Fock, wo bist du denn? Ich bin hinter der Treppe. Ich komme sofort. Ich gucke nur schnell. Oh! 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 Okay. Das, äh... Schön dich kennenzulernen. Mach ich mal wieder zu hier. So, äh, hier bin ich. Was geht ab? Lebt er noch? Ich weiß nicht, was er hat. Er starrt gegen die Wand. Macht mir Angst. Er tut nichts. Da. Jetzt. Da. Ich musste kurz kommunizieren. Ich kommuniziere gleich weiter, ja. Kommuniziere gleich weiter. Bin gleich wieder bei euch. Jawohl. Oh! Oh! Dann gehen wir mal hier oben lang. Oder warst du hier schon? Ne. Meines Erachtens war ich noch nicht. Okay. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Eine Truhe meine ich. Das ist oben lang gelaufen, ja? Ja. Die Treppe hoch, über Cain, oder wo? Ja. Hier haben wir Goldschwert, Silber, Obsidian, Gold und einen Sattel. Hier drehen wir uns im Kreis. Aber wie gesagt, das muss auch nichts heißen. Manchmal kommst du auch irgendwo noch durch, aber... Nicht vor mich laufen. Nicht so schlimm. Alles gut. Lohnroute, Achtung. Lohn. Komm mal. Habe ich Pfeile? Ich habe keine Pfeile. Hab sie. Und ein riesiger Gasptautor. Wow! Leck mich. Das führt doch nur nach draußen da drüben, oder? Wow, ja. Hier geht es nur runter. In den Tod. Okay. Aber über uns muss man sagen. Guck mal, hier ist Lava. Über uns. Was? Vielleicht tropft die da rauf einfach nur. Aber wir können mal gucken. Auch möglich. Wenn ich jetzt außen rum laufe, könnte ich da aufs Dach hoch gehen. Wenn ich mich anstrenge. Ja. Hier endet auch die Burg einfach. Hopp. 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 Auf jeden Fall noch eine Burg, die nebenan ist. Mit jeder Menge Lohn. Und jeder Menge Skelette. Mit einem riesigen... Ich bin oben auf dem Dach. Hier ist nur ein Slime. Ein riesiger Feuerslime, ja. Den sehe ich auch gerade. Das bringt nicht ganz so viel. Komm wieder runter. Boah, ist ja alles voll, ey. Und ganz viel Skater auf der Brücke. Ja, eben. Dach. Du kennst auch zurück. Er läuft auch schon wieder rum. Da müsste man drüben auch irgendwie hinkommen. Und wieder bauen wir jetzt was rüber. Aua! Au! Au! Dieser Penner, oder? Fünf die Wurne gesprungen. Kackt uns hier auf den Kopf und freut sich auch noch. Verschwinde. Nein. Wo ist er hin? Ich, ich, ich lock ihn. Da kommt er. Nee, er will auf dich, er will auf dich kommen. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Achtung. Jetzt wird er gleich kommen. Kleiner hat drei andere raus. Naja, ich weiß. Oh, das ist gleich da eben von selbst runter gesprungen. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Okay, er ist unten. Okay, sind alle abgedankt. Wir könnten jetzt hier aufmachen und ne Brücke rüber bauen. Au! 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 Warum brenne ich? Ich hab auch gar kein Feuer. Ich brenne einfach so. Hatte ich ne Loha erwischt vielleicht? Nee! Ich sterb hier. Einfach so. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Scheiße. Was ist da geschehen? Einfach so. Das war ein beschissener Glitch. Wo ist er denn gestorben? Hier unten. An der Treppe. Nee, nee. Ich bin oben auf dem Dach gestorben. Okay. Das ist doch Bullshit. Wann hätt ich nichts lange brennen dürfen? Schlägst du grad die Hand tot? Ja. Ja. Fuck. Das ist vergiftet, wa? Ja. Jetzt nicht mehr. Puuuuh. Dreck ich auch. Noch ein bisschen was. Zu schnabulieren. Wollen wir irgendwie versuchen da rüber zu kommen, oder? Wow! Vorsicht. Jetzt nicht mehr. Wird wahrscheinlich schwierig da überhaupt rüber zu kommen, wenn die da die ganze Zeit ballern, die Idioten, oder? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Geh zurück, geh zurück! Heureka! Dann lass mal von hier drüben versuchen. Okay. Ich werd's nicht mehr zu euch schaffen, Leute. Ich hab jetzt so viele Gegner zwischen euch und mir. Wir müssen's, äh, gucken ob ich dir irgendwie entgegen kommen kann nochmal. Äh, mach wir doch nicht. Ich versuch erstmal so weit wie möglich zu kommen. Wollen wir hier vielleicht? Guck mal hier! Wir können sogar rüber laufen. Hier hinter ist ein Weg. Warte mal, ich mach ihn mal auf. Und wenn wir jetzt hier raus gehen, können wir sogar rüber laufen. Wenn uns nicht ein Gaspfeuer auf den Kopf kackt. Schon so viele von den Viechern die killt, aber die kommen immer nach. Aber hier könnten wir direkt drüber latschen. Ja, komm mal bis auf die Brücke rüber. Aber da drüben ist einer, pass auf. Äh, er glotzt schon. Scheiße, dann geh zurück. Komm mal, ich will mal gucken, was hier oben noch ist. Geht weg. Hier oben ist absolut gar nichts. Ich mach hier drüben noch schauen. Aber hier kannst du erstmal hin. Ja, ich komme gleich wieder zurück. Hier ist ein riesiger See mit ganz viel Sand. Sandsee. Ist das der Sandsee? Ich bin hier, ich hoffe doch. Ich bin hier. So, ich bin jetzt dort, wo wir zur Brücke gekommen sind. Und schau, ob ich da irgendwie rankomme, ohne gekillt zu werden. Die Chance ist eher gering. Hoppala, hoppala. Lass mich noch mal kurz die Lage checken. Sag ich dir das? Ey, 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 ey. Noch sehe ich hier keinen Gegner auf der Brücke. Okay. Ich hätte vielleicht eine Chance von selbst rüber zu kommen. Traust du dich rüber? Gott, der will jetzt Spaß. Ich trau mich rüber. Ich bin unten. Kein Gegner hier. Der Weg zu unserer ersten Truhe ist immer noch frei. Okay. Ich sag dir Bescheid. Ich sag dir Bescheid, wenn irgendwas kommt. Ich geb dir ein bisschen Operating Deckung. Ach du Scheiße. Wow. Bin bei dir. Pissen. Oh, oh. Lohnrute. Wir lieben dich. Du bist schön. Äh, Lohre meine ich natürlich nicht Lohnrute. Die, Bitch. Ich hack dich tot mit meiner Spitzhacke. Wenn irgendwas angreifen wird. So, Bescheid. Bin dabei. Ah. Ich hack dir. Ah. Skelett ist abgedeckt. Ihr habt einen Freund in mir. Geht's dir gut? Brauchst du irgendwas? Ich... Noch geht's mir gut. Gut. Lohnrute hinter dir. Achtung, ich komm nicht ran. Vorsicht. Neben dir, neben dir, neben dir. Vorsicht. Wow, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Komm zurück, komm zurück. Oh Scheiße. Dein ganzes Zeug ist von der Brücke gefallen. Nein. Ohhhh. Ist ätzend. Warte, ich versuche alles einzusammeln. Wie kommt man da rüber zu euch? Ach hier, oder? Hopp. Wie kommt man da rüber? Zu dir. Tschüssi. Fox, wie kommt man da rüber? Was? Ähm, wir haben an der Seite. Ich komm zurück. Ich komm zurück. Ich hole dich ab. Du bist auch von einem Skat verfolgt. Vorsicht. Naja. Das ist ätzend. Rum nur. Jetzt Zeug verloren. Naja, ein paar Sachen liegen dann noch, aber da muss ich irgendwie rüber springen. Hier. 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 Hier kannst du durch und dann kannst du hier rüber laufen. Aber pass auf, dass sonst jetzt nicht ein Gas runter brettert. Das ist eine ganz dünne Schicht, auf der wir uns überlegen. Das ist sehr langsam hier. Eben. Für wenigstens Keynes Rest lassen. Hier ist ein Kerr auf der rechten Seite. Du stinkst. Hör ab. Ich mach auch unbedingt. Oh, die Doe schießt. Die Doe schießt. Ich mach auch unbedingt ein bisschen. Na, fuck. Ausrüstenbräuch vor allen Dingen. Nahrung etc. Oh nein. Ich muss hier weg. Erschießt. Gast. Ja, 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 ja. Schießt wieder. Ich muss dich kurz erholen. Bin gleich wieder da. Das Gute ist, er kann die Brücke nicht zerstören. Wenn du ein Stück weiter geradeaus gehst auf der Brücke, liegen von Kayn noch ein paar Sachen, wenn du da eventuell herankommst, auf der rechten Seite. Bitchen. Geh mal kurz hier rein und heil mich. Dort, auf der rechten Seite. Wow. Fucking Gas. Zwei Gas. Oh, Vorsicht. Wow. Wow. Ich bin... Warum hat er mich getroffen? Ist doch scheiße. Ich sterb schon wieder jetzt. Ne, ich lebe. Ich lebe. Ich sterbe. Ich sterbe. Meereskelette lieben mich. Hier ist überall Feuer. Ich bin schon wieder in die Wand. Aua. Oh, nein. Hilfe. Hilfe. Ich kann leider nicht fahren. Ich hab nichts zum Schießen. Ja. Fall runter. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Der Gas ist auch weg. Fuck man. Er hat überlebt. Ja. Wow, hinter mir ist ja eine Lore. Überlebst du uns nicht. Du Scheider, du. Lass mich. Warum stirbt die nicht? Die stirbt nicht. Die stirbt nicht. Wo ist er? Die stirbt nicht. Die stirbt nicht. Was passiert hier? Die stirbt nicht. Ach, ich baue sie auch mit einem Stück Fleisch. Das ist natürlich nicht so sinnvoll. Komm her. Stirb. Stirb. Oh, noch eine rechts. Ja, ja, ja. Und ich wunder mich hier. Ich brauche Nahrung. Ich brauche Nahrung. Warte. Da ist er. Da ist er wieder vor uns. Vorsicht. Achtung, hier. Eins, zwei. Eine Action. Da ist er. Cain, bist du noch am Start? Jetzt. Ich bin auf dem Weg. Okay. Deine Sachen sind auch noch da. Ein paar Sachen konnte ich einsammeln, nicht alles. Leider. Verschwinden jetzt auch sobald nicht, glaube ich. Pass auf, die Dore kann hier reinschießen. Ja doch, die verschwinden nach einer gewissen Zeit, aber ich würde sie natürlich lieber vorher gerne holen. Und ich finde, dachte ich. Oh, du bist so kackegas. Ich find dich so doof. Oh! 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 Arschlöcher. Heuriker. Das ist eine feurige Sheet der Welt. Wie soll man das denn schaffen hier? Das ist irre, oder? Ja, du guckst mich jetzt auch schon wieder an. Ach, doch, Flambesius. Schrei mal ein bisschen, schieß mal. Schießt auf mich. Der Penner. Ist auf mich geschossen. Aufstandsbruch im Weg. Auch nicht schön. Einer hier ist in Flammen geraten, da komme ich viel schlechter an den Gegner vorbei. Fuck, jetzt fliegt er wieder. Ist hier gerade alles in Flammen. Ne, sei ja, die ganze Welt brennt schon. Fuck. Iden-Nether-Tor. Wo seid ihr denn eigentlich? Kay, ich schaff's vielleicht zu deiner Ausrüstung. Ich bin, wir sind immer noch in dem Übergang, wo du gestorben bist. Ich versuche hier den Übergang leichter zu machen. Sturb, Lobe, sturb. Erkasse dich. Sag doch einen Ton. Aber ich hab dir da helfen können. Ich hab dir eine Ausrüstung. Oh nein, nicht ein Skelett. Nein, nein. Du bist tot. Du bist tot. Du kinder Pisser. Und jetzt zerstöre ich den Loren Spawner. Yes. Weg ist er. Sehr gut. Pisser. Ich hab auch die Abkürzung gleich fertig. Ich bleib mal kurz in Sicherheit hier. Ich bleib mal kurz hier. Leg mir mal kurz Kaynes Rüstung an. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Nein. 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 Oh, ist das ätzend. Was ist jetzt passiert? Dann kam wieder ein Gasp und hat mir in die Fresse geschossen. Ich bin von der Druckwelle von der Brücke geflogen. Und es ist nichts von deinem Zeug übrig geblieben? Nichts. Doch. Absolut gar nicht. Es ist alles übrig geblieben, aber es liegt ganz unten. Wo denn? Am Fuß von dem Brückenpfeiler. Nein. Scheiße. Ich komme. Scheiße. Das ist jetzt schlimm. Warum bin ich denn jetzt hier rausgegangen? Bin ich denn beim Kacken in die Nackt? Das Einzige, was wir bisher haben, sind ein paar Lohnrouten, Leute. Mehr ist noch nicht. Und eigentlich ein Schädel. Eigentlich ein Schädel, ja. Ja, der ist in der Truhe. Der ist in der Truhe gerettet, sobald ich weiß. Das stimmt. Der erste Truhe, die ich gebaut hatte. Ich habe wieder zurückgelegt, als ich ihn aus Versehen in die Hände bekam. Oh Mann, warum bin ich denn jetzt gerade so verplant? Wo muss ich denn hin? Ich bin hier in der Fresse. Dort unten soll das Zeug sein? Wow. Das ist aber tief. Da, wo ich die Brücke gebaut habe, ganz unten. Da werde ich mich jetzt auch gleich hinbuddeln. Das ist aber eine ganz andere Ecke eigentlich. Du hast es ja auf der anderen Seite gebaut. Na, ich stand auf der Brücke und bin durch die Explosion ein Stück rüber geflogen. Ich schaffe es vielleicht, dein Zeug runter. Das wäre natürlich ideal, aber das ist eine Menge. Das Inventar war fast voll. Ich habe ja auch ein fast leeres Inventar, also dementsprechend ist das machbar. Na gut. Dein Wort an Gottes Gehörgang. An irgendeinen Gehörgang auf jeden Fall. Oh nein. Und natürlich der erstbeste Gast, guck mich direkt an. Ist das ätzend. Okay, das wird nichts. Ich bin auf zwei Herzen runter. Fuck ey. Bleib erstmal in Sicherheit. Das ist ein Scheiß. Mach jetzt keine falsche Schiete. Wir kommen. Ich mag aber falsche Schiete. Falsche Schiete ist geil. Hä? Ich wüsste, wo du bist. Bin da, wo der Weg rausgeht zur Brücke. Der Gast bewacht dein Zeug ey. Mit einer Arschlache. Ich komme zurück. Bin oben auf der Brücke. Ja. Versuch's, dort hinzukommen. Hier, kleinen, lovely Schlampen. Das hat gesagt, versuche ich zu überleben. Auf dem Weg dorthin. Das ist noch viel wichtiger in der ganzen Sache. Ne, du grunst mich jetzt nicht an hier. Scheiß Tommy-Schwein. Verpiss dich bloß. Allt schon wieder voll mit Lohn und Skeletten. Wir müssen irgendwo noch einen weiteren Spawner haben, die Penner. Nein, nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hier, hier, hier. Kane, hinter dir. Oh Gott sei Dank. Ach. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, das ist für dich. Das ist anstrengend. Ich brauche Essen. Was ist denn der Helm oder? Ich brauche Helm und Schuhe, aber ich brauche halt hauptsächlich Essen. Ach, toll. Äh, Fox, was hattest du dabei eigentlich? Ist das was Wichtiges dabei? Also, was auch Toast gesammelt ist? Oh ja, da sind viele schöne Sachen dabei, aber davon wird kaum noch was zu halten sein. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hey, hast du einen Bogen oder irgendwas? Ne, einen Bogen habe ich nicht. Ich habe mehrere Schwerter, wenn du möchtest. Schwerter werde ich auf jeden Fall brauchen. Ich mache schon eine Zeug zur Truhe erst mal. Scheiße, ich weiß leider nicht, wie ihr das letzte Mal dahin gekommen seid, da ich ja durch diesen komischen Turmfuß da gelatscht bin. Wiss ich nicht, wie ich zu euch komme jetzt. Scheiß drauf, ich gehe wieder zum Turmfuß. Komme ich überhaupt hin? Ja. Der war zu, wa? Kann das sein? Ich habe dir zugemacht. Ganz ehrlich, wenn im Nether der Akku vom Controller allergiert, dann kriege ich echt einen Panikanfall. Geh bloß weg, Arschloch. Kämpft über mir jemand? Kann das sein? Also, ich kann dir auch den Weg erklären. Aua! Ich bin jetzt im Dreck. Ja, super, danke. Perfekt. Bitte. Geh mal zur Truhe, da ist was für dich. Habe ich dir mitgebracht. Habe ich dir mitgebracht. Gott sei Dank. Jetzt wird alles gut. So, wir müssen unbedingt zu deinem Dings gehen. Ich hatte da noch dein Zeug bei. Zu dem Brückenpfeiler, wo ich war. Hey, Pissy Mac Arschloch. Ich sitze auf die Fresse. Tafelsteak mit meinem guten Namen. Mac Spritzfett. Wenn du da runtergeflogen bist, oder? Ne, ne, da bin ich nicht runtergeflogen. Komm mit. Ich weiß wo. Da kommt man eigentlich auch ganz gut, glaube ich, hin. Okay, jetzt Skelett. Komm mal. Skeletti, komm. Er fliegt da natürlich hier. Ich bin jetzt übergezogen. Genau, und hier habe ich doch eine zweite Brücke gebaut. Bzw. deine Brücke da weitergebaut, die hier. Und hier hat es mich runtergepfeffert. Und da unten liegen meine Sachen. Das heißt, ich müsste irgendwie jetzt hier nach unten bauen. Na unten bauen. Ach, ich bin in ein Eimer, ey. Ich hätte mal in ein Eimer mit Wasser mitnehmen sollen. Dann hätte ich mir einen Fahrstuhl bis nach unten bauen können. Dann wäre ich auch wieder hochgekommen. Shit. Hätten wir uns auch schon öfter löschen können. Eben. Also nächste Stimme bringt ein Eimer mit. Mit Wasser. Komm, das geht. Das geht. Wenn, ähm... Wenn, 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 wenn... Was auf... Wow, du bist voller Pfeile. Wenn wir es bis rüber schaffen, können wir uns durch die Pfeiler bis nach unten graben. Dann könnte ich an meine Kram kommen. Beziehungsweise ich könnte auch hier schon... Warte, ich kann hier schon drunter. Hier drüben ist auch ein Pfeiler. Genau, wo der Balkon ist. Ey, Bauer, das ist eins. Der Gast hat da gedauert. Von oben kommt das Klett runter, von zu euch. Ja, merke ich. Gast schießt auf mich. Wow, die schöne Brücke. Kein Bogen, ey. Vier Pfeile, aber kein Bogen. Oh nein. Oh nein. Den Gast kann man auch im Nahkampf angreifen, aber da muss ich viel näher herankommen. Naja. Das ist halt relativ schwierig. Wo ist Kane? Keine Ahnung. Wo ist Kane? Mit dem Brückenpfeiler. Scheiße. Du bist mir hinterher, ja? Ich wüsste in welchem, dann würde ich ihm helfen. Er ist doch darunter erlaufen. Genau vorn. Hier unten. Hier unten. Wenn ihr mich seht. Nee. Jetzt sehen wir dich nicht. Warte. Warte. Aber hier sind doch keine Sachen. Zurück, zurück. Box, zurück. Ja, ja. Ey. Hier hat er sich reingegraben. Hier. Okay, ich komme. Noch hier bei mir. Nee, ist noch. Wenn du jetzt reingesprichst, stirbst du. Dann graue ich da hin. Na klar. Ich grabe euch hinterher. In drei, zwei. Macht das Sinn, dass ich nahe komme? Warum nicht? Da bist du auf jeden Fall sicherer als da oben. Komm mal. Aber hier unten liegt nichts mehr. Alles weg. Moment. Das kann nicht sein. Ich habe das ja noch gesehen, als ich gestorben bin. Und habe mir das extra noch eingeprägt. Ja, aber vielleicht war es zu lang jetzt. Ich nicht. Das kann ich mir auch nicht finden. Oh, ist das in die Lava gefallen? Nee, auch nicht. Und zwar müsste es hinter dem Ding sein. Hier drüben, wenn überhaupt. Oh, ab, Junge. Ist viel Lava, du. Leid reingefallen sein. Nee, nee, nee. Das lag alles auf diesem kleinen Ding, wo ich rauf gescheppert bin. Die Frage ist halt, wie weit hat es mich getrieben? Also, wie weit bin ich geflogen durch die Explosion? So weit kann ich ja nicht geflogen sein. Boah, ey. Guck mal, der Kerl hier hat ein Goldschwert. Boah, ey. Trotz hier, was. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das alles schon weg ist. Das bleibt doch mindestens fünf Minuten liegen. Wie länger eigentlich? Ja, schon fünf Minuten. Warte. Ich habe auch schon Sachen gefunden, die ich vor Stunden weggelegt habe. Und wenn der zwischendrin auf irgendeiner Ebene gefallen ist, oder? Ich habe hier auch geguckt, aber über mehr ist keine Ebene. Wow. Das hat mich ja nach hinten... Stürb, ah! Das hat mich jetzt runtergebaut. Viel. Au. Das ist ja eine richtige Orgie. Ganz dicke, du. Die Würfel fahren gelassen. Hey, so weit bin ich auf jeden Fall nicht geflogen. Ich muss auf jeden Fall in der Nähe von der Brücke gekesselt, runtergekesselt sein. Dann sind wir denn scheiß los. Na ja, schade. Waren schöne Sachen bei mir. Vor allem musst du ja in der Nähe der Brücke runtergekesselt sein, die du gebaut hast. Ja eben. Und ich meine, ich bin direkt hier draufgeknallt. Hier auf die Ecke. Aber hier liegt ja gar nichts von mir. Überhaupt nichts. Eieieieieiei. Schimama. Und somit haben wir nichts mehr. Wir haben ein paar Lohnrouten und wir haben einen Totenschädel. Ja, das ist auch schon mal was. Ich habe auch schon deutlich schlechtere Ausbeuten hier. Das stimmt allerdings. Aber jetzt ist bloß was, suchen wir jetzt... Also machen wir jetzt noch weiter. Suchen wir jetzt noch was. Aber wir können zumindest hier noch ein paar von den Skeletten legen, wenn noch welche da sind. Hier unten sind sie aber nicht. Die sind dann überhaupt oben auf der Burg. Die Burg ist riesig. Aber zumindest haben wir einen guten Weg. Also wir finden ziemlich leicht zurück. Woher so riesig ist sie auch nicht? Weil vieles davon sind einfach nur Brückenköpfe. Unvollendete. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen zurück in den Punkt, wo wir runtergegraben haben. Und machen von dort aus weiter. Ja, und gehen wieder hoch. Warum nicht? Das wäre dann hier, oder? Das ist ja fast schon absurd, dass ich meinen ganzen Kram verloren habe. Na gut. Ich will nicht ohne euch gehen. Nee, nee, komm mal. Kannst du fast gar nicht glauben. Okay, nochmal eine letzte Runde. Meine letzte Runde. Oh, oh. Wow. Heurika. Geh mal, letzte Runde. Boom. Vorher ist wieder tot. Vater. Ich buddel mich auf jeden Fall wieder hoch. Alter, mal rein. Vorstuhl geht los. Schwert am besten gleich raus dann oben. Oh, oh. Mein Schwert ist leider schon fast kaputt. Ah, klingt nicht gut hier, oder? Nee, nee. War schon ein bisschen kacker gerade. Das ist ein Schleimer. Er kommt zu mir. So, Slimey ist da. Achtung, Vorsicht, Cain. Oh, shit. Er kommt, er kommt. Oh, fuck. Er springt hier rum. Oh, mein Gasp. Okay, er kommt hier nicht rein. Oh, scheiße. Ich fall gleich wieder runter und ich falle wieder runter. Und ich bin schon wieder tot. Ist doch nicht wahr. Oh, Leute. Kriegt gleich einen Schreianfall. Wow, ist das hier voll? Na eben. Hier ist ein Baby-Zombie-Schwein. Hallo, Baby-Zombie-Schwein. Oh, Mann. Das nennt man dann wohl... Cain. ...absolute Chancen-Unverwertung. Cain, wenn du hochkommst, dann musst du gleich zu mir rüberrennen. Ah. Au! Warum hat mich die Lua erwischt? Ich stand hinter der Wand. Schlauch. Oh, Mann. Wo ist Cain eigentlich? Mein Gott, die Folge ist ja auch schon wieder seit 100 Jahren vorbei. Meine Fresse. Ich bin unten, Fox. Äh, Cinemalex. Versuchst du, sein Zeug zu holen? Ich hab sein Zeug geholt, ja. Alles hier unten gewesen. Gute Nachrichten zum Ende dieser Folge. Ich freu mich. In diesem Sinne, hoffentlich schaffen wir noch irgendwas im Nether. Momentan gestaltet sich das ja eher als Krampfprobe. Na, geht da, ja. 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 Bis zum nächsten Mal.